Der Essex Gel Cayano feiert seinen 20. Geburtstag und ist seit jeher einer der komfortabelsten Stabilitätsschuhe auf dem Markt. Der Tragekomfort wurde nochmals optimiert. Durch die innovative FluidFit-Technologie ergibt sich eine sockenartige und individuelle Passform. Durch das neue FluidRide-System der Zwischensohle wird eine bessere Anpassung an den Untergrund und eine Optimierung des Laufstils erreicht. In weiterentwickelter Form dämpfen dich die Gelelemente im Rückfuß und im Vorfuß, so hast du auch weiterhin das bekannte Essex-Laufgefühl. Für die Stabilität in der Abrollbewegung sorgt die aktuelle Version des Dynamic Duo Max-Systems. Für effiziente Laufbewegung vom Aufsatz bis zum Abdruck sorgt die in die Mittelsohle integrierte Guidance-Line. Guidance Trusted nennt Essex seine Mittelfußbrücke. Durch ihre Konstruktion erhält sie ihre Torsionsfreudigkeit. Der Essex Cayano 20 begeistert auf allen Laufuntergründen mit seinen komfortablen Laufeigenschaften und seiner Stabilität. Du bekommst den in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.